Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auch dem Mozilla Thunderbird anweisen können, den Hauptteil des Arbeitsspeichers wieder freizugeben, wenn Sie diesen minimieren. Ein inhaltsgleiches Video für den Firefox Webbrowser haben wir vor einiger Zeit bereits online gestellt. Hier ist genau der gleiche Befehl dafür zuständig. Besonders sinnvoll ist dieses Szenario für die User, die entweder mehrere E-Mail-Accounts verwalten, mit dem Thunderbird, jede Menge E-Mails bekommen und eventuell noch per IMAP auf Ihre Kunden zugreifen. Denn unter diesem Szenario ist es höchstwahrscheinlich, dass a. Ihr E-Mail-Client dauernd läuft und b. der auch jede Menge Arbeitsspeicher verbraucht, weil halt jede Menge E-Mails drin sind in den Accounts, die er verwalten muss. In diesem Szenario lohnt es sich jetzt nicht wirklich. Sie sehen, ich habe hier nur einen Account, ich habe nur wenig E-Mails und ich greife auch noch per Pop drauf zu. Das können Sie jetzt zwar nicht sehen, können Sie mir aber glauben. Und deswegen verbraucht er jetzt in diesem Szenario auch nur 40 MB. Ist jetzt nicht so viel. Auf anderen Rechnern sind das schon mal ruckzuck 250 MB. So, und dadurch, dass wir wegen des IMAP-Zugriffs den Thunderbird immer laufen haben, macht es natürlich Sinn, diesen dann einfach nur zu minimieren. Und dann verbraucht er eben nur noch einen Bruchteil des Arbeitsspeichers. Also, wie gerade gesagt, testen wir das gerade noch mal. 40 MB sind es hier, 38 nur zum Testen. So, wir gehen auf Extras, Einstellungen. Haben wir hier oben unsere Icons. Da gehen wir auf Erweitert. Dann haben wir hier unsere Karteireiter. Da gehen wir auf Allgemein. Und wir haben hier Konfiguration bearbeiten. Da klicken wir drauf. Und die User des Firefox Webbrows, die kennen das im Großen und Ganzen bestimmt schon. Wir haben hier wieder unseren Warn-Dialog. Da klicken wir drauf. Wir versprechen, dass wir vorsichtig sind. So, wir geben jetzt einfach mal ein Konfig Punkt Trim Strich unten on Strich unten minimise. Also, wenn der Eintrag bei Ihnen schon vorhanden sein sollte aus irgendeinem Grund, dann müssen Sie den auf True setzen. Vorausgesetzt, er ist dort nicht. Vorausgesetzt, er ist halt auf False. So, wenn der jetzt, wie in diesem Beispiel, die Installation ist relativ frisch, da ist er noch gar nicht vorhanden. Nachdem wir das Ganze also komplett reingeschrieben haben, markieren wir das. Steuerung C, damit das im Arbeitsspeicher ist. So, und jetzt rechte Maustaste über diesem freien Bereich. Bekommen wir ein Kontextmenü. Können wir neu anwählen. Und dann wählen wir Bolean an. Klicken wir drauf. Jetzt sollen wir den Namen eingeben für diesen neuen Wert. Und das ist eben genau dieses, was wir im Arbeitsspeicher haben. Config Punkt Trim on minimise. Klicken wir auf OK. So, jetzt sollen wir den Wert angeben. Und dann müssen wir natürlich jetzt hier das Ganze auf True setzen. Klicken wir auf OK. So, nach einem Reload wird das jetzt hier auch angezeigt. Config Trim on minimise. Typ, Bolean und Wert ist wahr. So. Schauen wir mal, ob das Ganze schon funktioniert. Ohne Neustart. Davon würde ich jetzt eigentlich nicht ausgehen. Aber Versuch macht klug. So, 41 MB bringt noch nichts. Gut. Also beenden wir das Ganze. Neustarten. Jetzt verbraucht er natürlich am Anfang noch mal weniger Arbeitsspeicher. 33. So, jetzt minimieren wir das Ganze. So, und jetzt sehen wir hier gerade, jetzt hat er nur noch 8. Ne, 13. 8 hatte er eben, bevor ich hier herangesoomt bin. Also, wie gesagt, hier bringt es mir jetzt effektiv nur 50%. Allerdings, wenn Sie Heavy-User sind, dann bringt es bei Ihnen mehr. OK. Das war's. Amen.